Sonne satt, zweiter Wiesentag, ich kann es gar nicht fassen und ich suche mir heute mal wieder den absoluten Gaumenschmausch und den gibt's bei Brez und direkt am Löwenbräu. Nina, wir haben ja heute eine ganz neue Location. Da oben steht sie nämlich schon. Da gehe ich jetzt gleich hoch. Was hast du denn hier für ein schönes Fleckchen Erde, Nina? Ja, unseren traumhaften Ausblick hier in unserem Gaumenschmaus, unser Balkon, das ist doch einfach ein Traum, oder? Ja, Gaumenschmaus in zweierlei Hinsicht, nicht nur beim Essen, sondern das Ganze da. Das ist ja... Wahnsinn, ein Traum, wenn man so runter schaut, oder? Da geht einem doch das Herz auf. Ein absoluter Gaumenschmaus, von oben auf die Wiesen so herabzuschauen und deswegen sind wir auch heute da. Du hast wieder ein paar Schmankerlein gepackt und ich hab schon so Hunger. Ja, gern, schau mal, ich hab dir schon was vorbereitet und zwar, das ist unser Gaumenschmaus-Semmel. Die ist ganz klassisch mit einem Krautsalat, mit einem Kassler drauf, eine Tomaten, einen Schnittlauch, eine Salatbladl und ein Dressing, aber das verräumen wir nicht. Und dann haben wir unseren Spezial-Gaumenschmaus, das ist ein Salatbladl, sieht man ja, ein Nackensteg, ein Krautsalat, eine Tomaten und ein Schnittlauch. Ich würd sagen, wir setzen uns da mal hin, genießen nämlich den Ausblick. Wie ist es bei dir so, wie viele Semmeln gibt's da? Es gibt also so eine Semmel, die gibt's fast jeden Tag für mich. Dann beiß ich jetzt auch mal in die eine rein. Nimmst du eine und ich eine? Dann lassen wir's uns wecker. Prost mal, Prost! Absolut lecker, beißt man noch mal eine, gell?